Hier ist es endlich, das Review zum größten Lego Star Wars Set aller Zeiten, dem UCS Millennium Falcon. Mit 7.541 Einzelteilen und 11 Minifiguren an Bord, sowie einem reinen Steinegewicht von 6,9 Kilogramm, ist es ein riesiger Klopper. Das merkt man nicht nur beim Bauen, sondern auch im Portemonnaie, denn das Set hat auch eine UVP von 799,99 Euro. Gibt es auch manchmal Rabatt drauf, dazu aber dann später nochmal mehr. Beeindruckend ist, dass das Set inzwischen schon fast 5 Jahre auf dem Markt ist, seit 2017 und damit quasi 3 mal so lang wie ein reguläres Set. Normalerweise haben die Sets nämlich so eine Lebenserwartung von 1,5 Jahren. Scheint also gut zu laufen. Wenn wir den großen Umkarton dann öffnen, haben wir im Inneren nochmal 4 kleinere Kartons. Da haben wir dann einerseits Zitate von berühmten Charakteren drauf, andererseits sind im Inneren die Steine aufbewahrt. Und natürlich darf auch die riesige Bauanleitung nicht fehlen. Die ist so groß, dass sie extra noch von solchen Metallringen hier zusammengehalten wird. Ist zwar cool, weil man alles so groß hat, wenn der Tisch, auf dem man baut, allerdings nicht groß genug ist, dann kann sie auch mal stören. Deshalb bin ich nach ein paar Bauabschnitten auf die digitale Version gewechselt. Wäre cool gewesen, wenn sie das in einzelnen Bauanleitungen gemacht hätten, weil man so dann mit Freunden auch zusammenbauen kann. So haben sie es ja auch beim aktuellsten UCS-Set, dem AT-AT, gemacht. Apropos Aufbau, schauen wir uns den doch mal etwas genauer an. Ihr startet mit einem simplen Technikgerüst, welches dann noch ein wenig ausgebaut wird. Die ersten Innenräume kommen rein, die wir uns gleich natürlich im Detail noch ansehen. Dann müssen wir die Füße für unten drunter bauen. Die baut man mehrmals leider, gehört aber mit dazu. Und mehr Abwechslung bekommt man dann auch, wenn man die Details außen baut. Wir haben einerseits den Hyperantrieb hinten dran, der dann eingesetzt wird. Es gibt dann auch noch viele Paneele, die wir noch zusammenstecken müssen, die aber auch immer einzigartige Formen haben. Und die dann alle wieder zusammenkommen, wenn wir die hier auf den Millennium Falken draufpacken. Es gibt dann noch die Satellitenschüssel und das Cockpit und auch noch diesen Schützensitz, der dann eingesetzt wird. Dann sind wir eigentlich schon fertig mit dem Falken. Tja, und jetzt muss man erstmal durchatmen und sich diese Wucht angucken, die man da gerade zusammengesteckt hat. Es ist so beeindruckend, wie massiv dieses Modell ist. Das habe ich auch bei keinem anderen Set bis jetzt gesehen. Klar, der Sternenzerstörer ist groß, der AT-AT ist noch viel höher. Aber der Falken ist dann doch nochmal beeindruckender. Nicht, weil er mehr Teile hat, sondern weil er einfach so ein interessantes Gesamtpaket ist. Wir haben Rundungen mit drin. Dann haben wir wieder vorne ein paar Kanten. Im Innenraum gibt es noch was zu gucken. Da hat der Sternenzerstörer ja zum Beispiel gar nichts zu bieten. Vorne das Cockpit können wir noch öffnen. Gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Ich wollte einfach nur nochmal hervorheben, was es für ein massives Teil ist. Das muss man sich auch vorher genau überlegen, bevor man das kauft, wo man das Teil dann überhaupt hinstellt. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, das Set zum Beispiel auf einen Ständer zu stellen oder es einfach an die Decke zu montieren. Man muss sich allerdings auch immer bewusst sein, dass es natürlich auch zu einem Staubfänger werden kann. Denn ein Spielmodell ist es definitiv nicht. Eine coole Idee von Lego in 2017 ist gewesen, dass man das Set zwischen Episode 5 und Episode 7 umbauen kann. Dafür werden zwei Satellitenschüsseln mitgeliefert. Die aus Episode 5 ist nochmal ein bisschen cooler, weil sie noch einen eigenen Print hier auf diesem Dish-Teil hat. Und es gibt auch noch zwei Elemente, die man dann vorne in der Front vom Millennium-Falken befestigen bzw. abmachen kann. Und auch bei den Minifiguren bekommen wir zwei einzelne Sätze. Einerseits haben wir Ray, Finn, BB-8, C3PO, Chewbacca, den älteren Han Solo und zwei Porks für Episode 7. Aber auch Prinzessin Leia in ihrem Hoth-Outfit und den jüngeren Han Solo bzw. dann natürlich auch Chewbacca und C3PO, die wiederverwendet werden können für Episode 5. Die Minifiguren sind jetzt nicht so dermaßen selten dafür, dass es das teuerste Lego Star Wars Set ist. Die beiden exklusiven Figuren sind Prinzessin Leia und Han Solo, weil sie auf der Rückseite nochmal einen exklusiven Print mit ihrer Atemmaske aus Episode 5 haben. Leider bleibt aber auch dieses Set nicht von den üblichen Kritikpunkten befreit. Wir haben hier einerseits wieder super viele Sticker mit dabei. Der größte ist hier auf der UCS-Plakette aufgeklebt, die auch von selber stehen kann. Meiner Meinung nach hätte man uns das in diesem 800-Euro-Set definitiv gönnen können. Ich meine, das geht ja schon in den 4-Plus-Sets für ein paar weniger Euros. Und in der Charge, die ich erwischt habe von diesem Set, gibt es tatsächlich auch wieder Farbunterschiede. Sehr, sehr schade. Fällt zwar hier nicht so stark auf, da viele kleinere Teile verwendet werden und oft das auch verwinkelt ist. Trotzdem, manchmal sieht man es halt schon und das ist halt einfach nicht schön. Die ikonische Laderampe könnt ihr bei diesem Lego-Modell ausfahren. Die führt allerdings ins Nichts. Das Cockpit können wir selbstverständlich auch öffnen. In dem Fall hat es sogar zwei Prints spediert bekommen. Und alle vier Figuren passen hier auch vorne herein. Was ich euch allerdings empfehlen würde, ist, dass ihr dort hinten nochmal vier Jumperplates einbringt. So sitzen die Figuren versetzt und auch noch ein wenig höher. Dann kann man sie von außen besser durch die Cockpit-Scheibe erkennen, finde ich. Diese obere, runde und echt cool gebaute Abdeckung könnt ihr hier natürlich auch noch herausnehmen und dort dann eine Minifigur hereinsetzen. Das ist quasi der Schützensitz. Der hat sogar einen eigenen Print hier für die Scheibe spendiert bekommen. Und oben diese Kanone könnt ihr dann auch noch in verschiedene Richtungen bewegen. Auf der Unterseite ist die Kanone zwar auch, dort könnt ihr jedoch keine Minifigur hereinsetzen. Macht auch wenig Sinn, weil man da eigentlich gar nicht herankommt. Unter diesen beiden Abdeckungen auf der Oberseite haben wir den ersten Innenraum. Dort haben wir nicht nur zwei Durchgänge und einen Aufgang zum Schützensitz, sondern auch das kleine Versteck, in dem sich dann Rey und Finn in Episode 7 verstecken, sowie solche Lupen, die noch geöffnet werden können. Und Romantiker können ja auch noch den Kuss zwischen Lea und Han Solo nachstellen. Hier hinter der Satellitenschüssel verbirgt sich dann der zweite Innenraum. Dort wird nicht nur die Sitzbank mitsamt Holoschachbrett dargestellt, sondern auch diese Apparatur mit Stuhl, hinter der wir Han Solo einige Male sehen. Genauso wie der Helm, den Luke dann zum Trainieren auf hat. Die Drohne und auch Luke Skywalker selbst sind in dem Set aber leider nicht enthalten. Zugegebenerweise, der Innenraum ist schon besser als beim Sternenzerstörer damals. Wenn ihr euch aber mal das gesamte Bild anschaut, dann seht ihr, wie viel Potenzial hier noch verschenkt wurde. Dieser Bereich hier ist komplett leer. Diese Bereiche hier sind leer. Dieser Gang hier wurde auch überhaupt nicht genutzt. Genauso wie dieser Hohlraum hier vorne. Das sind alles nur Technikkonstruktionen im Inneren. Ich erwarte ja jetzt nicht, dass es so krass aussieht wie bei diesem Fan-Mock hier. Aber so ein paar mehr Räume oder vielleicht einfach nochmal so ein Flur, der dann wirklich dort weitergeht und nicht nur mit einem Sticker angedeutet wird. Ja, das wäre schon ein Schmaus gewesen. Es gibt allerdings noch ein Detail, welches ihr nur kennt, wenn ihr das Set auch selber gebaut habt. Und zwar könnt ihr diese Luke auf der Unterseite zur Seite schieben. Dann kommt da nochmal eine Laserkanone heraus. Also ja, der UCS Millennium Falcon ist echt beeindruckend und eine Nummer für sich. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass er halt immer noch 800 Euro kostet. Zumindest in der UVP direkt bei Lego. Es gibt manchmal auch Angebote bei anderen Händlern, wo er dann ein wenig reduziert wird. Da sage ich euch meistens über den Community-Tab Bescheid. Oder falls es gerade irgendwelche Angebote gibt, kann ich es auch nochmal in der Infobeschreibung verlinken. Neben dem regulären Lego-Angebot. Und falls ihr gerade darüber nachdenkt, euch eins der großen drei Lego Star Wars UCS Sets zu kaufen, habe ich euch hier nochmal eine kleine Übersicht gemacht. Da seht ihr die Preise, die Teile und auch die Minifiguren, aber auch das Gewicht der jeweiligen Sets und wie viel das dann runtergerechnet pro Kilogramm ist. Interessant finde ich da, dass der Sternenzerstörer tatsächlich beim Gewicht am besten abschneidet, aber beim Preis pro Stein am schlechtesten. Dafür ist der Millennium Falcon wiederum beim Preis pro Stein am besten, weil er halt die meisten Teile mit dabei hat. Rein objektiv, nachdem ich jetzt alle drei Sets gebaut habe, würde ich sagen, dass der Millennium Falcon für die meisten die beste Wahl ist. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass ihr nicht darüber nachdenkt, euch mehrere einzelne kleinere Sets zu kaufen. Da kann man dann natürlich noch mehr rausholen. Die subjektive Entscheidung, was für euch am besten passt, kann ich euch also nicht abnehmen. Ich kann nur für mich sprechen. Ich hatte eine riesige Freude mit diesem Set. Ich muss jetzt erstmal überlegen, wo ich das hier hinstelle bei meiner Oma. Wahrscheinlich werde ich es wieder abbauen müssen. Aufbau war klasse mit meiner Schwester zusammen. Und das Modell bleibt halt einfach das Nonplusultra in der Star Wars Welt. Da gibt es aktuell nichts, was da herankommt. Vielleicht noch die Titanic vom Bauspaß und den Teilen her. Freut mich sehr, dass ihr das Review soweit angeguckt habt. Lasst gerne einen Daumen nach oben oder nach unten da, wenn es euch gefallen bzw. nicht gefallen hat. Und hier findet ihr noch mehr Reviews. Möge die Macht mit euch sein.